hallöchen auch meine lieben freunde und willkommen zu einem ja etwas anderen minecraft format nämlich holies vorstellungsrunde texture packs oder nehmen wir es einfach mal holies vorstellungsrunde mc ja der gute drachen 83 grüß dich an dieser stelle wird natürlich auch verlinkt in der video beschreibung hat mich gefragt ob ich nicht sein selbst erstelltes texture pack vorstellen könnte und ich habe gedacht da ich ja eh gerne minecraft spiele ja warum nicht einfach mal versuchen mal sehen wie es bei den leuten ankommt das ganze natürlich mit webcam aber erst in game ich werde euch aber noch ein paar sachen zeigen erstmal hier in den optionen will ich euch nicht was zeigen ich habe jetzt hier das resource pack schon ausgewählt hier drachen 83 die 128 mal version die 1 18 natürlich vielleicht macht er irgendwann auch mal ein update zu der 1 18 1 oder 1 18 2 mal schauen dann habe ich noch das song plus sound also das ist ein sound pack das werdet ihr gleich im spiel miterleben und ihr seht ja längst ja die ganze liste voll mit texture packs wie beta vanilla building clarity excalibur faithful faithful ppr lpr reload luna hd dann haben wir noch das misa texture pack das misons texture pack das new default plus texture pack und das ptp craft texture pack was ich hilft zu meinen let's play minecraft nutze und jetzt stay true haben wir auch diese texture packs möchte ich euch auch ein bisschen nahe bringen ich weiß das sind ich meine es sind ja alles selbst erstellte texture packs aber von etwas leuten die schon etwas länger dabei sind was minecraft angeht und texture packs aber erstmal kommt das texture pack von drachen 83 dran was die shader angeht ich habe jetzt hier zum beispiel die bsl jader den exposure jader den wo ich gerade aktiviert habe ist das cooter schilder die version 6.1 die legger sie dann habe ich noch ozeaner plus jader dann red hat oder hat soll es wahrscheinlich heißen in zeus pikiti hr shader und in silus vibrant schilders die high version ich werde natürlich den cooter schilder erstmal nutzen machen wir hier unbegrenzte bildrader ich muss man noch was einstellen sichtweite erhöhen wir auch noch mal auf ich lasse es mal bei 15 und dann drücken wir mal hier weiter fertig einzelspieler ich habe hier schon eine texture packs erstellt ich werde mal ganz kurz das umbenennen holis vorstellung runde mc so speichern sondern die immer hier in den spielstand rein ich glaube ich müsste den sogar noch mal neu machen weil ich schon mal ein paar testaufnahmen gemacht habe weil ich hier gerade im meter bin aus ich mache das aber jetzt mal ich erspare uns das ganze mal ganz kurz ich mache slash kill bringt mich um oder noch time set day und dann mache ich erstmal monster werde ich lasse die monster mal anwesend weil ich will diese vorstellungsrunden im kreativ modus machen so das kommt erstmal weg dann fehlt hier noch etwas ganz wichtiges nämlich mich hallöchen so wie machen wir das ganze jetzt mit dieser vorstellungsrunde renne ich einfach nur schwebe ich einfach bloß blöd rum und schauen mir jede textur an ich kann euch erst mal sagen ich habe sowas noch nie gemacht also ich habe noch nie irgendwie ein texture pack vorgestellt oder irgendwie im minecraft server oder jedenfalls nicht indirekt ihr versteht die minecraft mod packs mystics mystiker words heißt jetzt ist jetzt der name von colonies auf muskelheim jetzt der heißt jetzt nicht mehr colonies auf muskelheim sondern mystiker wort die ebenen von muskelheim sind ja jetzt geschichte die heißt ist das wurde jetzt ungeändert ist mod pack weil hell sie ja drei also mit den lpt mit den guten plexi rp und ja wir schauen uns jetzt mal ein bisschen rum wir schauen uns die bäume an wir schauen uns einfach mal die gegend an ich hätte mir jetzt auch so vorstellen können dass wir jetzt hier aus dem ganzen inventar hier super blöcke rausnehmen die mal hinstellen uns anschauen aber ich habe mir gedacht ich fliege einfach mal ein bisschen rum schauen wir mal dies und mal das an aber damit ihr getriggert seid ich hoffe das wird getriggert für euch dass ihr euch getriggert fühlt dass wir uns jetzt nicht alle texturen anschauen aber so das gröbste und ich werde das ganze auch in parts auf sprengeln einmal die oberwelt einmal den untergrund einmal das meer also ich werde mehrere parts machen lieber drachen 380 dann werde ich den neto euch zeigen das zweite das erste end das zweite end damit man mal so von allen von den texture pack alle varianten was sieht was man hier hat also von den welten her also man sieht es hier sind schon ein paar monster noch hier ist ein skelett da ist ein schweinchen darin creeper haben wir ja schon gesehen ja das gelehrt hat keine lust mehr es will sich erlösen ok doch nicht so dann gehen wir ein bisschen weiter rum ich schwebe mal ein bisschen rum weil wenn ich sag mal so ich habe das schon wie gesagt schon mal aufgenommen dann habe ich mir dachten da fehlt mir doch noch was vielleicht ein bisschen persönlichen touch oh schaut mal hier ist die biene ok so realistik textur gut ich bin auch eine biene so und wie gesagt wenn ich sag sagt es so oft und jedenfalls wenn es bei euch gut ankommt und der liebe drachen 83 mir seine erlaubnis gibt dann würde ich gerne auch dieses texture pack also sein texture pack verlinken sprich ich habe eine seite die es heißt so was wie hd drive oder hard drive da kann man daten hochladen wie texture packs videos etc bilder sounds musik und da würde ich gern das hard drive da hochladen und dann diese hard drive seite natürlich hier in der video beschreibung verlinken dass ihr euch das dann auch ziehen könnt das texture pack und ich denke mal der liebe drachen 83 hätte auch nichts dagegen weil mein gedanken zu quer weiter würde weiter fahren und zwar dass ich das texture pack auch mal für paar folgen in meinen let's play 1 18 2 minecraft let's play mit mal einbinden würde ich suche jetzt einfach mal ein bisschen die gegenden ab nur zum spiel mal wieder kurz zurück damit man sehen kann die landschaften schaden schon geil aus also hut ab ok jetzt regnet es wieder ich sollte mir vielleicht mal ganz kurz im bett holen weil jeder der minecraft spielt weiß wenn es stirbt und du einfach weitermachst oder wetter clear dann kommt es immer wieder und wieder und wieder das ganze und habt ihr schon mal so ein sound gehört aus dem song sound pack was ich nutze da haben wir zum beispiel das spiel ist ich kann das gar nicht wie krock komplett in schwarz und weiße augen ja okay das ist schon dezent gruselig also was wir zum beispiel jetzt schon aufgefallen ist ich weiß nicht ob ihr das schon erkannt habt es sind ein paar es sind ein paar texturen dabei aus dem texture pack chroma hills das ist mir zum beispiel jetzt schon aufgefallen oder in diesen testaufnahmen ich stempel es mal unter testaufnahmen ja dass mir das auch schon aufgefallen ist das kommt mir zum beispiel jetzt nicht bekannt vor diese realistik texturen ich weiß nicht aus welchen texture pack das sein könnte schaut mal wir haben hier einen blauen creeper aber auch ebenfalls chroma hills texturen also wer lange minecraft spielt wie ich ich spiele minecraft zur seite 17 bzw. 17 0 jetzt passt mal auf was die sounds für den dorfbewohnern so sind ok der golem sieht schon mal richtig geil aus das ist schon gut gemacht hier ich kann jetzt aber nicht jede minecraft textur erkennen weil es gibt ja ihr wisst es bestimmt stellt euch mal vor ihr würdet alle texturen in eine flughalle flugzeughalle stopfen ihr würdet sie gewissermaßen voll kriegen ja und ganz ehrlich vor diesem dorfbewohner hätte ich sowas von angst ja hier sieht man die testaufnahme hier steht noch das neta portal wo ich dann eingestiegen bin ich mach das ich mach das jetzt erstmal kaputt das brauchen wir nicht wir schauen uns ja erstmal die oberwelt an ich weiß aber auch nicht wie lange die folgen werden freunde ich will euch ja wirklich das gröbste zeigen dass ich halt nichts auslasse und so weiter schaut mal hier haben wir zum beispiel ein kaputtes neta portal ich werde auch das song sound pack verlinken damit ihr das euch auch holen könnt weil glaubt mir ist das lohnt sich auf jeden fall für euch so ich würde mal gern so fichten biome sind hier ist noch mal ein dorf ich würde mal gern zum fichten biome sehen ich würde mal so ein schnee biome sehen wie das hier ausschaut wow also das ist so eine schneeschicht alter hier sind drei dörfer dörfer in der nähe das wäre schon das spielstand wäre schon fast ein let's play würde ich habe das gefühl aber noch mal ein vanilla minecraft let's play zu machen nein das eine reicht so das ist jetzt oh hier haben wir ein akazien biome er schaut auch nicht schlecht aus also ganz ehrlich ich muss sagen die texturen die du dir da zusammen gewürfelt hast lieber drachen 83 das waren richtig gute entscheidungen auf jeden fall wow aber kannst mir gerne in die kommentare schreiben teilweise sind das so texturen so texturen so real ich sag's einfach mal so wie es vielleicht heißen könnte realistik äh texturen ok äh die stein wollten uns später anschauen weil ich mache ja wie gesagt paar parts mehr wow uff der macht sich gleich notizen aber der die die landschaften sind übelst gut vom spiel so was ist das da konnten konnten auch ein anderes bio mir ist eine schlucht also die minecraft welt die hat sich die hat sich echt jetzt schon gut gemacht also das ist jetzt es müsste eigentlich doch immer dabei stehen was es für ein biome ist oder river river biome ist das also river fluss biome ich schätze mal ich macht so jeden paar 20 minuten falls ihr irgendwelche tipps vorschläge habt wie ich so eine vorstellung machen könnte ob das aber euch das jetzt auch schon so gefällt wie ich das hier mache einfach mal in die kommentare schreiben und hier haben wir einen dschungel und da brauche ich gar nicht mal nachschauen was das für ein biome ist es ist dschungel jetzt wäre schön wenn wir irgendwelche kakaobohnen finden würden weil ich würde aber auch gesehen wie die ausschauen hier haben wir zum beispiel schon bambus da haben wir kakaobohnen die rinde von unseren dschungelbaum ja warum nicht oder warum nicht wer weiß vielleicht entscheide ich mich ja für mein let's play dieses texture pack dauerhaft zu nutzen weil es gefällt mir mehr und mehr je länger ich da mir irgendwas anschaue desto mehr gefällt mir hier mal zuckerrohr hier haben aber andere blumentexturen auch noch aber nichts aber das sind texturen so jetzt kriegen wir mal ein bisschen schneller weil ich will auch fichten mal sehen weil jeder der mich kennt und der jetzt gab es einen kurzen ruckler ist aber nicht schlimm ich wollte sagen der wo mich kennt und weiß dass ich wie gesagt dass ich minecraft sehr gerne spiele er weiß dass fichten meine lieblingsbäume in dem spiel sind auch in real life sind fichten, tannen meine lieblingsbäume zu weihnachten nicht nur sondern auch egal welche jährliche jahreszeit ich mag den geruch von diesen bäumen das sieht auch nicht schlecht aus aber ich hätte jetzt gerne mal ein paar fichten warum kriege ich denn hier keine fichten die dichten doch so schön ich weiß das war jetzt der schlechteste wortwitz ever und hier ist schon wieder ein dorf mit einem neta portal sehr viele dörfer in diesem spiel stand muss ich sagen und schau mal da hinten sind fliegst du jetzt mal denk an an narnia oder ans niver wie heißt das von land von peter bahn niverland niederland niederland bestimmt nicht ich habe den arm nicht mehr im kopf kürbisse die sollen ja so selten sein wie diamanten habe ich mir mal sagen lassen die sind ja voll selten oh wow oh wow ok ich geh mal jetzt hier ins kühle und hol mir mal kurz ein fichten setzling und knochenmehl so ich mache mal einen normalen baum also ok von setzling schaut schon mal cool aus jawoll so muss eine fichte ausschauen das sieht super aus so jetzt möchte ich mal einen großen haben ok das sieht auch nicht schlecht aus das potzol aber kurz schauen ja ja auf jeden fall so habe ich noch irgendein biome ausgelassen was schwarzeichen biome hatten wir schon glaube ich am anfang so meine freunde da da jetzt hier schon eine hölle reingeht äh gehe ich mal jetzt mal hierher oh genau so ganz schnell das ist jetzt der thumbnail für den ersten part ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt für vorschläge und tipps wie ich das noch besser machen könnte gerne in die kommentare schreiben und dann sehen wir uns dann in den zweiten part zu äh drachen 83 texture pack äh untergrund bis dahin und gehabt euch wohl bis dahin bis dahin bis dahin bis dahin